Damit Sie E-Mails senden und empfangen können, müssen Sie zunächst ein Konto in Ihrem E-Mail-Programm einrichten. In Ihren vorinstallierten Programmen befindet sich auch ein Mail-Programm. Hier sehen wir das als Kachel. Wenn die Kachel hier nicht vorhanden ist, können Sie natürlich hier auch unter dem Buchstaben M wie Mail dieses Programm starten. Ich starte mal hier die Kachel Mail und werde hier, weil ich das erste Mal diese App aufrufe, aufgefordert, hier über Anfang das Programm einzurichten. Sie sehen, hier befindet sich bereits mein Konto, mit dem ich angemeldet bin. Das heißt, ich habe bereits eine E-Mail-Adresse, könnte an dieser Stelle aber auch weitere Content hinzufügen. Ich mache das jetzt noch nicht, sondern klicke hier weiter über die Taste Bereit. Ich mache mal hier daraus ein Vollbild und Sie sehen, so stellt sich mein Mail-Programm dar. Ich sehe hier meinen Account über das Windows-Konto mit Posteingang, Entwürfe, gesendete Elemente. Also da ist alles da. Das Outlook-Team hat mir eine E-Mail geschickt und viel mehr ist hier noch nicht los. Wenn ich jetzt ein weiteres Konto hinzufügen möchte, dann muss ich hier unten über diesen Button Einstellungen gehen. Dann wird mir rechts ein Menü geöffnet, was hier den Eintrag Content enthält. Über einen Klick starte ich diesen Dialog, wo ich erneut mein Outlook-Konto bzw. mein Microsoft-Konto sehe und kann hier weitere Konten hinzufügen. Mir werden hier einige zur Auswahl vorgeschlagen, wie Google, Yahoo, iCloud von einem Exchange-Server, meistens in Firmen der Fall. Und hier unten eben auch anderes Konto. Damit sind Konten gemeint wie zum Beispiel GMX oder A-Core 101-Konten, weil von diesen Konten stehen die Informationen über diese POP3-Server, IMAP, Eingangsadresse, Ausgangsadresse alle zur Verfügung und Sie brauchen sich um diese Dinge nicht kümmern. Über das erweiterte Setup müssen Sie diese Informationen alle eingeben. Die erhalten Sie aber dann entweder über Ihren Administrator oder den Provider, über den Sie die E-Mail-Adresse bezogen haben. Wir werden mal diesen Weg wählen und hier habe ich eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet. Nicht hier, aber ich habe die vorbereitet bei GMX. Das wäre videotraining.gmx.de und da noch das Kennwort. Und wenn ich mich jetzt anmelde, sollten diese Informationen alle von der Seite gmx.de geladen werden. Jetzt werde ich noch gefragt, unter welchem Namen ich hier angesprochen werden möchte und hier gebe ich jetzt aktueller Trainer ein und melde mich an. Und siehe da, das Konto wurde erfolgreich eingerichtet. Ich muss jetzt nur noch mit fertig bestätigen und wir sehen jetzt hier das GMX-Konto. Auf dieser Seite kann ich jetzt über Konten mir entweder mein Outlook-Konto, also das Microsoft-Konto auswählen oder das GMX-Konto und es werden dann hier die Daten synchronisiert. Es dauert eine Weile, aber ich bin recht zuversichtlich, dass dann irgendwann im Posteingang die zwei, drei Mails auftauchen, die da schon drin stehen. Sie sehen, das ist noch in Arbeit. Ich kann auch über diesen Button synchronisieren, den Download der E-Mails anstoßen, aber eigentlich hat der Eintrag noch in Arbeit vermuten lassen, dass das eigentlich schon passiert. Ja, das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange. Deswegen werde ich hier nochmal in die Einstellungen gehen, über Konten auch einmal zeigen, wie man hier ein Konto hinzufügt, wo man wirklich alles individuell einstellen muss. Dazu gehe ich hier in das erweiterte Setup und muss mich hier entscheiden, ob ich ein Exchange Active Sync machen möchte. Dazu braucht man aber einen Exchange Server. Das ist meistens in Firmen der Fall, weil für Privatleute ist das einfach ein zu teures Produkt. Oder hier eine Internet-Mail über POP3 beziehungsweise ein IMAP-Konto. Der Unterschied ist jetzt erst einmal egal, weil der Provider, der mir die E-Mail-Adresse zur Verfügung stellt, sagt mir schon, ob ich ein POP3 oder IMAP-Konto habe. Wenn ich das jetzt einmal starte, muss ich hier genauso Kontoname, meinen Namen, über den ich angesprochen werden möchte, eingeben. Hier den Posteingangsserver, der je nach Typ, ich wähle jetzt mal POP3, ein anderer ist. Diese Information bekommen Sie halt von Ihrem Provider oder Administrator. Dann der Benutzername und Kennwort. Das heißt, hier oben ist die E-Mail-Adresse und der Name, mit dem Sie angesprochen werden. Und hier der Benutzername, mit dem Sie sich an Ihrem Posteingangsserver anmelden mit Kennwort. Und dann brauchen Sie noch einen Postausgangsserver. Das ist auch eine Adresse, über die Ihre ausgehenden Mails gesendet werden. Die finden Sie, wie gesagt, über intensives Nachfragen oder auch im Internet. Ich breche das jetzt einmal ab. Wechsel in Microsoft Edge. Und hier gebe ich als Suchbegriff einfach mal ein. POP3 Serverliste. Da haben wir es. Und da gibt es POP3 Serverlisten. Ich gucke mal, ob ich hier was finde. Das sieht ganz gut aus. Und da sehen Sie dann hier zu Ihrem Provider. Aqua zum Beispiel hat als POP3 Server. POP3 aqua.de. Und der Postausgangsserver von Aqua ist imap aqua.de. Beziehungsweise, das stimmt nicht ganz. Ja, die ist ein bisschen unübersichtlich. Wenn das unübersichtlich wird, versuchen Sie es einfach woanders. Ich schaue mal hier rein. Das sieht schon besser aus. Und jetzt suche ich hier einmal zum Beispiel Gmx. Die sind alphabetisch sortiert. Und hier finden Sie dann sehr schön die Einträge, die Sie an... Moment. Ah, ich habe zu lange gewartet. Die Sie hier an dieser Stelle eintragen müssen. Hier sehen Sie den Begriff auch wieder. Posteingangsserver. Posteingangsserver. Und im Internet finden Sie hier bei POP3 den Posteingangsserver. Das müssen Sie da eintragen. Und den Posteingangsserver. Da müssen Sie diesen Wert eintragen. Und so finden Sie hier zu nahe zu jedem E-Mail-Provider diese Einträge. Ich zeige Ihnen das hier einmal am Beispiel des Gmx-Kontos. Dazu markiere ich hier den Posteingangsserver und über rechte Maustaste kopieren. Kopiere ich diesen Eintrag und wechsle jetzt in meine Mail-App. Ich gehe hier noch einmal auf Konto hinzufügen. Das hatte ich ja gerade geschlossen. Scrolle ganz nach unten und gehe über das erweiterte Setup. Hier wieder über Internet-E-Mail könnte jetzt hier meinen Kontonamen eintragen. Irgendein Name at gmx.de So würden Sie die E-Mail-Adresse eintragen, die Sie ausgewählt haben. Dann Ihren Namen. Und hier wird jetzt der Posteingangsserver eingetragen. Also rechte Maustaste einfügen. Eventuell das Leerzeichen dahinter noch löschen, weil das könnte vielleicht noch ein anderes Zeichen sein, was man halt nicht sieht. Dann den Kontotyp auswählen. Pop3. den Benutzernamen. Hier würden Sie dann halt den Namen eingeben, mit dem Sie sich anmelden, Ihr Kennwort. Und dann muss noch der Postausgangsserver eingetragen werden. Dazu wechsle ich wieder ins Internet, kopiere mir hier den Postausgangsserver, kopieren und trage ihn in meiner E-Mail-App an dieser Stelle über rechte Maustaste einfügen ein. Und schon bin ich fertig. Wenn jetzt Kennwort und Benutzernamen eingegeben wären, könnte ich auch über Anmelden gehen und Sie würden das gleiche sehen, wie Sie es vorhin schon bei dem videotraining at gmx.de gesehen haben. Musik